Hey Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte diese Woche nicht ausklinken lassen, ohne noch ein Video hochzuladen. Zwei, drei kleine kurze Szenen. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ich merke mich am Ende nochmal. Bis dahin. Viel Spaß. Euer Denato. Bei dem einzelnen roten. Ich weiß nicht, ob es rot ist. Ja, oder das einzelne, wo er alleine steht. Ja, ja. Und so krumm rum ist. Genau, da ist auf jeden Fall ein Spieler. Komm, ich bin noch voll weit weg. Also das, was östlich sozusagen raus ist von Sosnovka. Ja, bevor Sosnovka kommt. Ja, genau. Und wo bist du? Also du bist ja die Senke hoch von dem Wald, oder? Und dann rechts von der Senke oder links an dem Weg? Ähm, ich bin... Da ist doch noch dieses, keine Ahnung, Hühnerhäuschen oder sowas. Im Wald. Und dir ist es denn? Ja, dir ist es denn nicht. Also nicht der Hochstand, sondern so wo in der Futtergrippe ist. Ja, genau, genau, genau. Da drüber bin ich im Wald. Ah, okay. Ah, ja, ich seh den. Und ich bin vorne in dem Waldstück. Also, dass ich weiter zu dir komme eigentlich. Der scoutet, ne? Echt? Ja, der hat nichts Besonderes. Geht wieder ins Haus, oder Richtung Haus. Aber der scoutet nicht in unsere Richtung. Der sieht jetzt auch nicht so mega-equip aus. Ich bin noch 200 Meter weg von dem Design. Zwei Spieler. Ich muss erst mal zu Atem kommen. Die sind jetzt beide ins Haus rein. Ich seh. Du da vorne? Ja. Du bewegst dich auch weiter Richtung Haus. Ja, genau. Ja. Wir sind im Haus. Okay, ich hole mich jetzt mal hinter der Tanne da vorne, will ich mich euch ausrufen. Ich glaube, ich könnte einen holen. Aber ich warte, bis du auch Atem hast. Ja, warte mal kurz, dann würde ich nämlich auch in die Tanne da reingangen, vorne. Nee, ich bin hier ziemlich frei an so einem Baum. Ich muss ein bisschen, weil da vor bei mir ist. Gibt es das bei dir auch, dass die Grafik, dass quasi alle Fenster noch nicht einzig sind? Ja, genau. Pass auf, einer rennt raus. Läuft in unsere Richtung. Ich muss schießen, gleich. Ja. Ich schieße. Ich hab ihn verloren. Ich seh ihn nicht mehr. Hast du geschossen? Ja, ich hab auf ihn. Was ist denn da los? Pass auf, der eine versucht rechts raus. Jetzt ist er tot. Der eine ist tot. Okay, der andere ist weiter zurückgelaufen, zurück im Süden. Er ist genau bei dem Hühnerhaus. Beim Hühnerhaus? Ja. Boah, dann lauf ich mal. Siehst du noch? Ja, der bewegt sich in deine Richtung. Glaube ich. Der ist jetzt auf Höhe hinterm Haus. Ja, bei der Leiche irgendwo, ne? Ja. Wo bist denn du? Bist du so weit weg? Hm? Wo bist du? Ich bin auch Höhe Hühnerhaus. Ich hab ihn getroffen. Okay, er ist an kann Schuss. Ja? Ja, er ist auch down. Jawoll. Ist er down? Ja, ne? Ja. Na ja, haben wir doch mal was gekriegt. Der Pulse? Er ist noch Pulse. Ja, der ist tot. Oh ja. Hat der hier? Den hast du sauber drauf in den Kopf, glaube ich. Ja, er läuft hier. Genau vor mir jetzt. Also weit ist den ganzen Stück weg. Ich will dich, glaube ich. Ach, da. Ja, ich bin. Da hinten in der Scheune. Nee, nee. Doch, doch. In der Scheune ist noch einer. Echt? Hinterm, hinterm Dingshügel jetzt. Auf dem Hügel. Pass auf, er zieht auf dich, David. Ich glaube zurück. Pass auf. Das sind mehrere. Ja, hier wurde er geschossen. Er hat sich hingelegt. Boots, kannst du dich da irgendwie... Oh, fuck. Ich brauche es nicht. Ich sehe ihn, ich kann ihn gleich rülsen. Okay. Einer ist auf dem Heuhaufen. Ja. Scheune. Dabei passt du den oben auf. Ich weiß noch, wo der andere läuft. Boots, wie weit bist du? Ich habe keine Art von... Er steht. Ah, den auf dem Heuhaufen hat, ich habe gesehen. Treffer. Einmal. Ist er down? Nein. Er rennt. Wohin? Nach, ähm... Ostenberg. Ich renne hinterher. Ja. Ich habe den anderen nicht gesehen. Siehst du ihn noch? Nein, nein. Ich renne parallel zu ihm. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Siehst du? Ja. Jetzt fragt ihn mir gerade sofort aus, ne? Kannst du dich auf die Schieße nutzen? Ja, ich habe den. Zubei, Jack. Scheiße, Alter. Das ist gleich schade. Zubei, Jack. Ähm, weiß ich nicht. David, siehst du mich? Ich glaube, ich habe schon nach zwischen euch, aber hinter euch. Ja. Ist ja das noch ein zweiter, oder? Also, das ist nicht der, den du gesehen hast, David. Bin ich mir auch sicher. Oder war... Ja? Ist hier kein Baum da wieder? Arthur ist echt kein Baum da. Ja, genau. Du kriegst ihn nicht mit deiner Skorpion, ne? Du bist so weit weg, oder? Ja. Äh, David meine ich mit der Caravan. Nee, ich bin so weit weg. Ich habe halt auch überhaupt keine Ahnung. Ich bin so weit weg. Sieht hier noch jemand? Ich habe ihn aus der Augen verlangen. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Ich wohle noch auf meiner Meinung nach, weil der Nimmzsekterklaufen wird ja aus. Du hast den Galaxy? Und den Link. Jaja, ich denke, ich versuch's ein bisschen. Ich mein, er läuft genau auf die Sieberbette. Ich werde aber einmal anfangen, damit er weiter weg da läuft. Ja. Guts, du bist da hinter ihn direkt? Ja, ja, genau. Krass. Sauber, sauber, jetzt langsam. Ich mache ihm jetzt schön Platz. Okay, er ist down, er ist down, sauber. Ja, jetzt schon. Sauber. Ich loote, ich schmeiß alles runter von ihm. Ja. Er hat eine SKS. Pristine und schwarz. Jawoll, er hat eine Kamek. Nein, ruined, scheiße. Aber vielleicht... Aber das hier ist noch pristine, sauber. Ein Spieler und eine Lize. Zwei Spieler, zwei. Einer außerhalb, genau. Einer ist im... Die schließen aufeinander. Einer ist im... Da bei den 3er Sandpunkern. Ganz im Süden. Am Sandpunkern sehe ich sie. Genau. Also das ist Osten. Ja, genau. Ja, also... Die ist von 3 Uhr, ne? Von der Map aus ist es aber Süden. Von der Map aus ist es aber Süden. Von der Map aus Süden. Falsch, ich sehe es von der DC Map aus. Ja, genau. Ich hab bis keine DC Open. Okay, dann ist es da Süden. Ja, ne, wir können es auch so machen von der Süden. Die sind im Bunker drinnen, Leute. Einer ist so, ne? Nee, wir müssten beide sein. Die haben aufeinander geschossen. Oh, da ist der andere Spieler. Da ist der andere, ja. Ja. Die hören dann doch zusammen. Nee, nee, guck mal. Ey, ja. Das sieht nicht so aus, als ob die das am Gehirn. Ich bin Katze und Maus. Jetzt ist er. Ist er schon tot, oder? Ja, ja, ist tot. Kannst du probieren mit deiner SVD. Also ich könnte, ja. Soll ich? Wenn er looted. Jetzt könnte er ja wieder rein. Ja, genau. Aber das soll man näher rein. Buddy. Katastrophen. Wer oft da wird. Da unten könnte eine Katastrophe sonst passieren. Was ziehen wir? Ja. Den Spieler. Ja. Uns hängt doch alle schon die Zunge raus. Ja, warte mal. Der kommt hier rum. Der kommt hier rum. Der surft was rum, gell? Ja, ja. Ich auch. Ja. Jetzt ist da ne Leiche. Ja. Ja. Aber... Du kannst ja gleich mal auf ihn schießen, wenn du dir sicher bist. Ja, genau. Ich hab auf 700 geserot. Geht ihr da mit? Nee, ich schieß nicht. Ich hab kein WC. Ich werd nix treffen. Ich kann's mit meiner SVD auch probieren. Warte. Oh, fast getroffen. Den garnert mit meiner SVD. Okay, er ist im Bunker. Ja, du hast ca. von Jogen gesehen. 30 cm daneben geschossen. Ach, schade. Also an seinem rechten Mauer vorbei. Ach, schade. Ich würd hier ein bisschen raus. Ja, das ist einmal im rechten vorderen Eck. Er schaut Richtung Eingang von dem... Vom Waldstück quasi. Also von Sosnofka kommen. Schaut da der Wald hoch. Okay, ich würde hier ein bisschen weiter runter gehen. Ja. In den Wald rein. Und mich da so ein bisschen aufs Plateau legen. Und versuch nochmal von da... Einen ruhigeren Schuss zu nehmen. Ich geh mal runter. Siehst du mich? Ich bin jetzt beim Unterstand. Ah, okay. Da wo dieser Jägerturm ist. Bist du da drauf? Bist du oben drauf? Nein. Okay, einer ist im Jägerstand drin, ne? Wow, 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 auf mich wird geschossen. Das kam rechts von mir. Und einer ist im Jägerstand. Was denn? Einer ist im Jägerstand. Okay. Oh, die Winchester ist ja hier recht. Ich glaube, vom Südplateau. Das heißt, der eine, der war in dem Bunker, den wir die ganze Zeit beobachtet haben. Und der Zweiter war in dem hohen Jägeröberstand. Ja, und einer noch hier im Wald bei uns. Ja. Ach, auch da noch? Ja, ja, der hat auf dich geschossen, nicht der im Jägerstand. Ach, scheiße, ja gut, dass du das sagst. Und denen hab ich die ganze Zeit den Rücken zugekehrt. Dann bewege ich mich mal hier lieber. Also haben wir drei feindliche Spiele noch hier, ja? Ja. Eine Leiche liegt in der Tanne unterm Hochstand. Das ist interessant. Also in unsere Richtung sozusagen, die erste Tanne, die da ist, da liegt eine Leiche. Ja, der Spieler aus dem Hochstand guckt hierher. Hierher? Ja. Ich seh' ne Granate Hochstand auf mich, kann man nicht sehen. Da gibt's zwei Hochstände. Oh, das nicht. Granate explodiert. Ja, bei ihm im Hochstand, oder? Ja, ja, ja. Boah, das hab ich auch gesehen, Alter. Alter, krass, ey. So ein Selbstmordattentäter. Alter, hier geht was. Ja, der wollte sie rausschmeißen, ist oben gegen das Dach. Krasse Scheiße. Okay, das heißt, wir haben da drei Leichen in einer Reihe. Und wo seid ihr jetzt genau? Ich bin genau auf Höhe von dem Jägerstand in der Tanne. In der letzten Baumreihe oben. Nee, ich bin weiter drin. Ich bin nur 50 Meter in. Okay, ich komm. Also ich geh auch zur letzten Baumreihe jetzt mal hoch. Ja, dann lass mal die Winchester erstmal holen. Wo und zum Berg. Ja, genau. Ja, alles klar. Ab wann kannst du das einsehen? Okay, warte, ich seh'n Spieler. Was? Ich seh'n Spieler. So? So. Auf dem Plateau nördlich von dem, wo wir waren. Wo wir eingeloggt haben. Also da, wo man immer einen Spieler sieht. Weißt du, wo ich meine? Ja. Also links von uns quasi. Ja, genau. Genau. Jetzt muss ich nur wissen, wo unser Einlockposition ist. Was? Ähm, also wenn du wieder hochläufst zur Waldkante. Ich muss glaube ich wieder ein bisschen zurück, ne? Genau. Zurück, hochlaufen, an die Waldkante sozusagen zum Freien hin. Und dann, ähm, ordentlich nach rechts. Ordentlich? Mhm. Okay. Ich bin voll zum, ins nirgendwo gespawnt. Was heißt das? Ähm, ich muss selber jetzt erstmal gucken, wo ich bin. Ja, also ich bin grad in Stanton. Ach krass, ich bin jetzt fast auf dem Sniperhügel, wo der Spieler liegt. Alter, ist das schlimm, ey. Wurde die dir versetzt, oder was? Ich weiß es nicht. Ich lag eigentlich auf dem Hügel und jetzt lag ich hier auf einmal im Wald. Hä? Jetzt bin ich mal gespannt, was von mir ist. Aber hier wird irgendwie ein Spieler nach dem anderen gekickt. Ja, vielleicht fährt er jetzt runter. Um 12 oder um 1 fährt man. Boah, ich bin auch Session lost. Tja Leute, was soll ich sagen, mitten in dem PvP geschehen. Schmiert einen der Server ab. Das ist Daisy. Das kann auch mal passieren. Es ist eine Hassliebe. Wir alle hassen es. Wir alle lieben es. Ähm, ja. So ist es nun mal. Schreibt eure Erfahrungen mit den Serverproblemen gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Und sag bis dahin. Macht's gut. Euer Denato. Ciao. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020